Salalo und willkommen zu Jaffrager, mein Geschäft Käfig hier, mit dem guten alten Flo hier neben mir. Warte was. Ja, Knockback 5. Mit dem guten alten Flo hier neben mir. Ich habe Looting. Ich habe Looting. Klauen mit Looting. Und, ja, wie gesagt, hier, Franzl, Merch, Ausstieg und Jahresadresse.com, wie man es hier sieht. Oh, ich hasse dich, weißt du was? Weißt du was? Knockback 5. Knockback. 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 Knockback hier. Oh, meinst du viel? Oh, meinst du viel? Ich habe Klauen. So, ausleicht der BK-Klauen. So, ausleicht der BK-Klauen. So, ausleicht der BK-Klauen. So, ausleicht der BK-Klauen. Äh, wie wäre es, wenn du das mal anzündest? Wieso nehmen wir hier mal mit der Nacht auf? Ich weiß nicht, es ist gerade, es ist gerade 2 Uhr, 1.41 Uhr, Bro. Was soll ich den Kaktus mitgeben aus dem Leidarm? Äh, was für ein Kaktus? Oh, no. Au! Oh, no, no. Oh, what? What for ein Kaktus? Oh, no, no. Das ist die Kaktus von gestern im Nether. Weißt du was? Ich mach jetzt einfach. Flo, was ist das im Nether? Wir kommst mit. Weißt du was? Ach, tp, stelle! Ich bin im Nether. Komm, wir müssen die Kaktus suchen. Okay, mein Dings funktioniert. Die Wangen, ganz unten im Nether. Oh, you unable to teleport because the player not in the same dimension. Weil das ist das Ding so, dass ich im Nether bin. Ah, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, äh. Ah, das ist ein Million XP für den ganzen Pikmin. Million XP? Noch ein Netter im Bedrock. Noch ein Netter im Bedrock. Oh, weißt ja, ja. Du musst ein Block und ich boi ein Block. Aber wird mein Zeitblock gewonnen. Ja, pass auf. Ich glaube, hier gibt's kein Bedrock. Ja, wo ist denn? Ich hör was, gell? Ja, da war das. Das hast du vergessen. Da wollte ich hingehen. Ja, was denn? Ja, der Dings. Ich hör das mal. His sand. Ja, das ist Kaktus. Ja, der ist Kaktus. Oh, mein Gott. Ich verwere mich in die Schleim. Ich helfe Kaktus. Wirklich? Yes. Endendisk. So, so. Akazierbaum. No. Oh, oh. Oh, oh. Was geht richtig werden? Warum soll es denn? Zehensand. Zehensand? Ich weiß nicht, wo es ist. Zehensand. Oh, no. Kleine kann man mit der Hand zuschlagen. In one hit. Was ist denn? Oh nein, was ist wieder? Wirklich jetzt? Ich glaube, das ist aber random. Ich glaube, das kann einbrechen. Ich glaube, das kann einbrechen. Oh, 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 oh. Okay, flog. Geh mal hoch, geh mal hoch. Ich bin oben. Hast du das Minecraft-Ding schon? Du darfst uns den Weg nicht abbauen. Du, die Hälfte. Ja, wir haben schon alles. Wir müssen nur mal in der End. Wir müssen nur in der End. Nein, du musst Kaktus machen da. Ich habe Kaktus. Mach Lime Stink, okay. Aber ich habe noch einen Kaktus. Ich glaube, ich muss warten, dass er wächst. Ich glaube, wir müssen wirklich warten, dass er überwächst. Okay, Flo, was machen wir währenddessen? Ich würde sagen... Oh, jawohl, wir machen jetzt auch Minendur. Oh, Minendur? Kann man sich eigentlich jetzt irgendwie außerhalb des Wildbauders? Nein, kannst du nicht. Du musst Minendur machen. Du musst Minendur. Oh, no. Oh, no, 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 no. Nicht die Monumente! Die zählen jetzt nicht mehr, gell? Äh. Äh. Ah, es wird schon passen, ja. Es hat sich schon gezählt. Let's, let's, let's mocha Minendur. Let's mocha Minendur. Äh. Flo, was machen wir? Minendur? Wann mal Minendur? Let's mocha Minendur. Ey, wir bauen noch... Ich glaube, Kaktus hat es auch irgendwo unten gegeben. Wirklich? Lass mal hier rüber gehen. Ähm, so. Kaktus? Irgendwo Kaktus drinnen? Nee. Äh, was gibt's hier? Da unten war ein Kaktus. Wo denn? Oh! Genau. Da hab ich ja wohl Pigsfly gemacht. Oh, wie hab ich Pigsfly gemacht. Hahaha. Ja, hab ich da Schmeier runtergeschubst. Ich hab eine Überraschung für dich. Geh mal, geh mal runter. Noll. Geh mal, geh mal runter. Nee, nee, geh runter. Nee, geh runter. Hahaha. Achso, ich hab mich am Freund. Wo bin ich? Wo bist du denn? Das ist falsch. Nein! Nein, schau dir doch nicht an. Wohin du Pigsfly. Oh, so. Oh, ja. Dings, hier wäre Folgefolge nicht gesehen hat. Pigsfly. Die Folgefolge nicht gesehen hat. Wir haben hier so ein Dings gebaut. Wie gesagt, den 30.job hier für den Franzermatch. Oh nein. Wir haben ja so ein, äh, so was ich hab voll abgeholt. Wie Pigs jetzt? Wie Pigs? Was willst du denn mit Pigs? Wie glaubst du dich weiter? Was soll ich denn mit dem Pigs? Eigentlich, ah, Dings. Kannst du dich wirklich weitergraben? Du, boll, boll, boll. Was ist denn mit dem Pigsfly? Wo ist denn mit dem Pigsfly? Ich glaub ich das auch weiter. Äh, okay. Wollen wir jetzt den Pigs machen? Ja, aber wieder brauchen wir jetzt nach ein Endflow. Ja, was fehlt jetzt überhaupt noch? Weiß ich nicht. Äh, 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 Bogen schießen. Boah, ich hab keinen Bogen. Nein, doch, brauchen wir. Ich hab auch keinen Bogen. Ich will mich kinder, ich hab den Bogen, ich hab den Bogen gehabt. Und das ist der nächste Million. Äh, äh, ja was machen wir, ähm. Geh mal runter, ich glaub bei dem Dings, warte noch was. Hä? Warte mal, muss ich ja nicht hoch, oder? Warte mal, wo kann man hier runter? Hier kommen wir durch, bei der Wasserrutsche, bei der Wasserrutsche. So, so. Hier ist der Weg richtig, hier ist der Weg richtig dumm. Der Winterwaldi. Der Winterwaldi, der Rudi. Ey, sind jetzt eigentlich neue Sachen offen mittlerweile? Ich weiß nicht. Ich hab grad richtig. Warte. Ich geh mal runter zum Winterwald. Der Winterwald. Ich hab mich einfach runtergekommen. So. Oh, ey, ich hab' 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 Blablabla. Bop, 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 bop. KONEN JIL Myher Hey,ase Skeleton! KONEN JIL Oh denn- Oh mein Gott! Ich hab'em Dungeon, Ich habe'ne Dungeon! Ja, wo ist das? Hey, hey, hey! Hilf' mal Dungeon. Hey, ich hab' die Map gepackt! Hey, was denn? Ich glaub' ich hab' jetzt schon viel enjoyed, das headache. Also das stinkt doch. Der Hulk- Jen, du sagst doch, der Hulk dedic grad da, ik? Ich glaube, wir haben zu viele Achievements, Freunde. Ich glaube, wir haben zu weit gemacht, glaube ich. Kann ich rechts klicken? Ich kann nicht rechts klicken. Warum kann ich nicht klicken? Zu viele Achievements, Freunde. Ich glaube, niemand spielt die Map mit allen Achievements, kannst du sagen? Bauen wir jetzt einen Command-Block ab. Was, wenn ich einen Red-Snapper? Kannst du nicht davon. Ich habe einen Red-Snapper. Oh, ich habe auch. Oh nein. Oh no. Oh. Oh, Mutti. Das darfst du nicht machen. Ich habe ein Repeater abgebaut. Ich habe gerade ein Video gemacht. Was? Das ist der Emirates. Ich habe die Emirates-Blocks. Aber für mir passiert irgendwie nichts. Warte mal, hier steht was. Äh, Add Clarity Objektiv Set Item Free Above Yellow. Das mache ich jetzt. Nein, nein, nein. Mach das nicht, mach das nicht. Das ist böse. Ich habe es gemacht. Was passiert? Was ist hier? In, in, wohl, in, vulnerable and no drops. Okay, das mache ich lieber nicht. Nicht. Ich glaube, es ist gerade Hartmut, was du machst. Hartmut. 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 Ist hier noch irgendwas? Es passiert nichts, gell? Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Äh, Zombie. Das ist eigentlich ganz unten. Glaubst du meinen Kanal? Ich habe Klug auf Invisibili wieder. Klug auf Invisibili. Warum wächst denn nicht, Flo? Ich handel es mit Villager. I handle with the Villager. Äh, was hat der? Der hat nicht vieles. Lass einfach die Emerald-Blöcke nehmen. Wir brauchen den anderen Kaktus von unten. Wo ist ein Kaktus, Flo? Unten. In der Villa war noch ein ganzer Kaktus, glaube ich. Wo denn? Beim Winter-Realm? Im Nether. Hä? Ich habe den Kaktus im Nether. Nein, da war noch einer. Da war nicht noch einer, Flo? Ja, im anderen Raum. Nein. In dem Raum, wo die Skid Spawner waren, war nur ein Kaktus. Wir haben durchgespielt, glaube ich. Wir brauchen einen Grün. Ist aber eine Chest. Mit oofel Emeralds. Emerald Erzen. Ich könnte nicht theoretisches Dings machen eigentlich. Was denn? Clay? Clay? Wir brauchen noch Lime. Feather Falling. Ich mache jetzt die ultimative Rüstung, weißt du? Kann man nicht eigentlich jetzt Kaktus schmelzen? Kaktus schmelzen? Ich erkannt es aber, du bekommst nur eins raus. Und du wächst nicht mehr nach, gell? Nein, aber du brauchst doch nur eins, oder? Stimmt. Du brauchst nur noch eins. Ja, du brauchst nur noch eins. Schmelze einfach mal. Wir coolen gerade die Welt hier. Ich mach gerade Weyerkundung. Wir brauchen noch eine Drache. Nein, Julian! Mir fällt gerade auf, es fehlt noch was. Hä? Was denn? Ein Braun. Braun ist das letzte, was uns fehlt. Hä? Das haben wir gemacht, oder? Du hast doch Spearing. Hä? Wir brauchen Coco Beans. Hä? Wo ist Coco Beans? Wir haben keine Coco Beans. Hä? Wo waren denn Coco Beans? Keine Ahnung. Ich hab in meinem Leben noch nie Coco Beans hinter mir. Ich hab, äh... Ich hab auch keine. Ich hab letztens auch welche irgendwie gehabt gefüllt. Hä? Lass nicht! Ey, Juni! Ich kann es nicht einlösen! Du hast den Command Block kaputt gemacht, oder? Ohne mal die grüne Farbe! Hier ist ein Polar B! Leuchtet schon! Leuchtet! Leuchtet auch bei dir? Hä? Ich hab aber nichts kaputt gemacht. Ich hab nur einen Emerald Block zerstört. Web ist broken. Wirklich jetzt? Ich bin dafür. Wir müssen in die Command Box wieder... Müsstest du in die Command Box... Aber warte! Ist das alles frei oben? Ja, ist alles frei eigentlich. Ich denke schon! Kann ich noch mal ausbrechen? Ausbrechen? Nein! Nein! Da geht es noch weiter, glaube ich! Aber unten nicht, oder? Nein! Wir haben jetzt maximal recht! Wir haben alle Quests! Nee! Hier ist maximal... Hä? Aber warum ist unten nach Bedrock? Oder wo ist denn nach unten Bedrock? Kann ich jetzt... Irgendwo war noch der World Border nicht am Rand! Das ist ein Baby... Baby-Dings wieder! Wir müssen einfach ins End gehen! Ich hab mich irgendwie durchbockt! Mein Kampf Käfig 2! Mein Kampf Käfig 3! Mein Kampf Käfig 4! Mein Kampf Käfig 5! Ha! Ich hab mich durchbockt, glaube ich! Wie durchbockt! Ich bin irgendwie hinter der Wand... Wie geht das? Ich hab ein neues Chest! Ich bin irgendwie hinter der Wand? Wie bin ich da hoch durchkommen? Wie? Hier bin ich irgendwie durchgekommen, oder? Schau dir mal einfach das! Hä? No! Was?! 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 Lol! Geht das?! Was?! Das erwählte Kunden, Flo! Äh... Hä? Hä? Mein Kampf zu... Wir können das auch essen! Ja sicher können wir nichts abbauen! Haben wir schon die ganze Zeit machen können? Ich glaub schon! Ich wollte... Äh... Bug in der Map! Ich denk schon, gell? Lol! Was wenn man einmal zurück geht? In den Käfig? Dann bist du wieder drinnen! Aber wir müssen einfach ins End! Hä? Ins Ende müssen wir! Ins Ende! Aber ich will erkunden! Und nein! Aber da ist nix! Hm? Ja! Da ist nix! Ich hasse dich! So! Da ist nix! Ey lol! Du bist jetzt wieder... Hä? Ja dann! Ich hab's jetzt wieder im Schleimbolt! Ich hab's irgendwie kaum! Lass du ey! Oder du hast versucht bei der Command Block gibt es wieder zu fixen oder? Okay! Wo mach ich so Schleimbolt? Ich baue mich jetzt einfach rüber! Okay! What?! Flop! Ja! Ich hab's im Secret daran gefunden! Lol! Das ist wirklich ein Secret! Oh nein! Da ist ein Creeper drin! Creeper man! Nein! Nicht Creeper man! Mach nicht diesen! Oh! Creeper man! Das ist noch einer! Noch einer Creeper man! Block of Iron! Das ist wirklich ein Secret-Raum! Wir brauchen Block of Iron! Ich hab' dich erst auf wenn wir alle anderen... Haben wir Iron? 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 Einige Secret-Raum! Oh, Secret-Raum! Oh, Secret-Raum! Wieso? Wieso hast du das gefunden? Ich wollte auch gerade rüberkommen! Wollte eigentlich zur Command Block! Oh! Broken! Oh! Doch! Es funktioniert! Secret Monument! Secret Monument! Komplett E-Strek! Oha! Ey Leute, wir haben... Ah, so nicht Eisengolam! Ah! Oh du bist dumm, wieso schlägst du den? Komm ich jetzt zur Kommand-Polze. Nächste Folge, wenn die Folge 1000 Likes kriegt, machen wir nächste Folge das TNT... 1000 Likes, Leute! Dann machen wir was? TNT-Special? Dann sprengen wir über unsere Dings, unser Weg hier. Dann sprengen wir über alles, okay? 1000 Likes, wie gesagt, einfach Like-Button drücken. Free 6 Nose-Scope. Oh, das war Eisengolam, nicht du. Eisengolam. Eisengolam. Ich glaube nicht mal rüber. Ich habe irgendwie Haar. Ich bin wieder bei Commands-Blocks. Boah, wie viel Monster, Flo! Ein Secret? Wie viel Monster? Äh, ich glaube das soll nicht so sein. Wow! Oh nein, Creep-O-Mein. Alles explodiert. Alles explodiert, Flo. Geheime Chests? Wirklich? Lol. Amolett auf irgendwas. Killed das Skelett, ich bin... Ich bin ein Leben... Okay, danke. Mach das. Äh, to be held in your offhand. Amolett. Ich glaube wir haben die Map noch bockt. Lol, ich habe Haste, wenn ich das hinhalte. Schau mal Flo, nimm auch einmal eins. Nimm sie in die offhand, also in die zweite Hand. Oh no. Show darkness challenging irgendwas. Warum kann ich nicht in die Dings rennen? Ich habe noch einen Chests, ich habe zwei Chests. Äh, äh. Ich habe den Spawn, glaube ich gefunden. Ich habe Diamanten. Hä, was ist hier noch? Ein Rüstungsständer. Ein Rüstungsstehender? Auch stehender Rüstung? Hier ist ein Dings, gell? Reset Verper, der Checker. Okay, das lieber nicht. Machs nicht! Reset Blocks. Reset All Achievements, Scores und Players. Oh no, Tyrant! Da, 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 da! Was ist da, da, da? Ich habe es gefunden. Was hast du gefunden? Das ist eins. Glaubst du, dass es... Habe ich eigentlich noch mein Goldschwert? Ich glaube, dass es zeigt an, was, was, wo ist. Hey, was? Komm gleich, komm mal zu mir! Wo ist du denn? Da bin ich. Nicht! Er hat noch Big Boom. Okay, Flo, äh, Dings, ähm. Die Sonnenblumen! Keimer Chests! Keimer Chests! Wo ist Keimer Chests? Vielleicht ist das wirklich Teil der Map. Vielleicht ist das Teil der... Teil der Story, dass wir, äh, herausfinden, dass die Story gemacht wird von anderem, äh, vielleicht ist das die Story. Was? Vielleicht ist die Story, dass wir die Command Blocks finden, um zu lernen, wie die Story geht, und damit wir die Story machen, und um rauszufinden, wie die Story geht. Ja, hab ich verstanden. Ja, hab ich verstanden. Ja, hab ich verstanden. Es macht Sinn eigentlich. Ich hab jetzt Armour's Dance. Ja, alle Leute, die sagen, dass, äh, allerdings, die Map haben die schon gespielt. Egal. Niemand hat das Secret gefunden. Niemand hat es so gespielt, wie es gespielt haben. TP invisible. Was ist das? Was ist das? TP on, TP off. TP on. Uuuuuh. Ich dachte, da kannst du Toops weggejoint. Was ist das für ein Bock? Ja, spring mal runter. Ich hab irgendwas gedrückt. Ich hab irgendwas gedrückt, Flo. Hast du ein Wasser-Bucket? Kannst kurz zu pieren, kannst du mir ein Wasser-Bucket geben? Nein? Ja. Wasser-Bucket kannst du... Mach jetzt MLG runter, okay? Verstehst du? Machst du mit? Ich hab ein... Wasser-Bucket! Kein normalen Bucket! Habe ich nicht. Nein, da fliegt er. Uuuuuh. Ich mach jetzt... Ich mach MLG, gib mir Wasser. Gib mir Wasser. Nein! Ich hab... Ich hab kein Wasser. Gib mir Wasser. Was ist das für ein Monster-Bucket? Was ist das für ein großes Ding? Hä?! Schischischischisch! Uuuuuh. Ich mach was! Ach, ich mach Wasser! Ich mach was! Ich hab da unten irgendwas. Nee, oder? Ich hab kein Wasser. Ich hab kein Wasser. Okay, ach, ich würde jetzt irgendwie auch sagen... Ich hab überlebt mit dem Endepeller! Hast du? Oh, lol! Warte mal, ob ich gezählte. Gibt es da unendlich, glaubst du? Weißt du was? Ich kann nichts bauen, das ist unfair. Also eins gegen eins, eins gegen eins, Flo. Nein, bist du... Nein, nein. Boop Spammer, Boop Spammer, Boop Spammer. Boop Spammer. Boop Spammer. Das ist so unfair. Wo bin ich? Boop Spammer. Wo bin ich? Bisschen Block, glaub ich. Easy, easy, easy. Oh. Nein. Ich seh dich nicht mal. Boop Spammer. Ist jetzt in... Oh. Ich hab auch keinen Fall. Das ist der Ende der Folge. Wie gesagt, Jonas hat 30 gut job hier. Einfach Jonas hat 30 gut job. Franzl Mesch auszecken, unbedingt Tudi und so. Und einfach unbedingt adden. Also taggen hier auf twitter.com. Slashjurans hat 30 0 0. Und auf instagram.com. Slashjurans hat 30 0 0 0. Aktiviert die Glocke. Wie gesagt, für mehr Käfig. Und 1000 Likes. Wie gesagt, das ist hier. Das ist hier die komplette Meldung. Da ist ein Domeno unter für weniger Käfig. Nein. Wie gesagt, 1000 Likes. Für das ich komplett Meldung spreche. Und das vielleicht den Ende noch besiegen. Und ja, wenn du es sehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.